Meilzeit Leute, hier ist wieder Knochen, ganz länders Time, yeah! Ich hab auch gewartet, ich weiß es. Denn ich hab das gesehen, ich hab das erste Video wie Beck Kloppt angekickt. Das waren ja fast schon, naja, fast 5 Klicks, ne? Ich mach trotzdem weiter, jetzt passiert noch nicht. Irgendwer wird schon irgendwann gucken. So, wir machen hier weiter, wo ich zuletzt aufgehört hab. Ich hab irgendwas hier, wie noch, Money Mineral Zeug gemacht. Ich hab auch entkicken. Ja, ich will fortsetzen, mein Gott. Keine Ahnung, ob das da ständig kommt. Claim! So, jetzt hab ich Mineralien eingesammelt. Ich hab's schon vergessen, ehrlich gesagt, die erst genau gut funktioniert. Aber, genau, ich könnte zwischen die, die hätte ich zum Beispiel auch mal nehmen können. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wen kann ich mir eigentlich aussuchen? Hier, Market, hier gibt's auch noch Market. Job Mercenaries. Merten, hmm, workshop. First Aid Kit. Das wohnt schön. Dealing Range, 1 Meter. Okay. Irgendwas fehlt mir da. Oder kann ich das herstellen? Market Purchased. Purchased. Das kostet mir gar nichts, oder wie? Kann ich einfach so herstellen? So, mal, fuhren wir mit Grenate. Wer, Grenate. Was ist mit der Grenade? Das kostet 120, wie glaub ich denn? 4000. Achso, alrighty. Dann kaufe ich noch ein paar Granaten. Dann kaufe ich noch ein paar Barthake Kits. Und Booster. Für was ist dieser Booster? Upgrade Ammo. Increased Penetration, boost, weapon damage, effect, and a lost one machine that dies. Alles klar. Das glaub ich hier auch noch. Ach hier, ich hatte diese Gs. Gs, ich weiß ja, ever diese Gs sind. Ich hoffe, was ist das so geil ist. 3600. Booster. Ich habe Trigger. Ironside. Und Boat Barrel. Will ich haben. Okay, jetzt habe ich auch nicht mehr zu viel Kohle. Wie kann ich denn ausrüsten hier? Base, Job, oh, wem auch Jobs. Skills. Skills, John. Digga, Skills. Wie sieht es bei dir aus mit Skills hier? Ijeje. Da fehlt mir einiges. Ey, diese, diese russische Rockmusik im Hintergrund, die irritiert mich so ein bisschen. Ich meine, klingt nicht so schlecht, aber irritiert mich hier halt. So, Job, was ein Job hier? Ach so, das sind die Sachen, ja, die habe ich ja schon gedacht. Äh, Mineralien einsammeln und sowas, alles. Wie kann ich denn jetzt dieses verdammtere Gewehr einsetzen, was ist in der Bar los? Brands Clan Rating Profile, okay, freue ich mich. Base. Ich kenne zu Base. Ne, da war ich ja gar nicht. Bahnlager. Whiteboard Rifle habe ich jetzt auch. Das trage ich ja offensichtlich mit mir mit. Wo kann ich die reinpacken? Wo packe ich die rein? Muss ich die reinziehen, irgendwie? Vor allem, wie benutze ich den? Equip, ist ja equipped. Aller. Gut, trage ich offensichtlich schon bei mir. Ist gut zu wissen, weil ich habe mich gar nicht so damit beschäftigt gehabt. Ich würde sagen, wir machen mal ein Tournament jetzt auch hier. Oder eine Mission. Eine Mission könnten wir natürlich auch machen. Aber ich will einfach mal ein Battle, ich mache jetzt noch ein Battle mit. Warum ist eigentlich sie hier, wenn sie sowieso nichts zu tun hat? Und was ist sie da? Ach, hier kann ich mir ausruhen. Was hat sie denn hier? Na, komm, nehmen wir mal. Wenn ich eine Granate mit, gib mir alles einmal mit. So, wir gehen Battle. Junk Town, outskirts. Okay. Wo ist denn oben? Wo ist denn unten hier? Ich meine, wo geht's hier lang? Hier geht's lang. Ach, das ist das erste Ding, was ich schon ganz am Anfang hatte. Elgur. Hier ist niemand. Doch, direkt vor mir ist einer. Okay. Ne, auch mal lieber ab hier. G oder H ist hier ein Medikid. Muss ich das jetzt schon benutzen? Das ist die Frage. Muss ich jetzt schon meinen Medikid benutzen? Ich glaube, das ist ein 6. Whatever das war. Oh, oh, oh. Mich hat's aus den Latschen gehauen. Jetzt werde ich gleich mal oben respawnen. Ne, das dachte ich mir. Geht ja die Maschine hier. Komischerweise, die ducken sich, aber... Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Ich glaube, das ist zu Fall. Ich werde nicht auf die Maschine hier. Sind wir noch dran? Komm, wir können um den Weg machen. Oh, das Ding ist heftig. Ich will jetzt auch mal was machen, wie es geschützt. 72% Warnung, motherfucker. Das ist so echt zum feinste, ähm... Fallout Tactics. Fallout 1, 2, Tactics. Ich bin jetzt da auf die Kugel. Hätte ich mal lieber den, äh, John genommen. Ist ja John. Hm, hm. Das ist weit entfernt. Ich geh nochmal kaputt gut, Drexteiler. Hat noch richtig viel Leben sich gerade. Ja, jetzt sind wir ganz so viel, aber... Da fällt mir auf, ja, scheiße, wieso habe ich die Granate nicht verwendet, ne? Da war das G. Toll, das Teil war ja schon weg. Denn offensichtlich habe ich auf die falsche Seite geguckt. Ich habe auf die falsche Seite geguckt. Das bin ich. Siehste, wusste ich doch. Und genau auf diese Seite habe ich geguckt. Und ich dachte mir so, kacke, wir haben doch noch... Ich hätte ja noch voll viel Leben. Da hätte ich mal auf die andere Seite gucken müssen. Jetzt habe ich meine Granate verschwendet. Das ist scheiße. Aber... Ist halt so gewesen. Man lernt halt immer dazu, ne? Gerade wenn man... Wozu ich nicht sich so lange mit dem Schuh beschäftigt hatte. Mal gucken hier, come on, bitch. Okay, gehen wir mal vor hier. Oh, hier schon wieder so ein Kacktal. Alter, hat es mich voll zerfetzt. Scheiße, mit dem Fettchen hinter. Ne, hinter die Maschine. Komm, hier, lass mich hinter die Maschine mit. Die Klauen, die auch nicht treffen. Hattel-Wolf. Edel-Wolf. Ja, die Adolf. Hattel-Wolf. Ne, tatsächlich, jetzt Adolf. Tragel-Zepark. Tragel-Zepark. Ich will auch nicht vorenchen, wie gesagt, hier. Aber, irgendwie hier rum. Genau so, wie er das gemacht hat. Ich kann hier jemanden treffen. Gut. Scheiße, dass ich die Granate verschwendet habe, ey, das ärgert mich jetzt wirklich. Ich gehe davon aus, wenn ich die Granate hier zum Beispiel in die Mitte geschmissen hätte, hätte ich jetzt auch die andere weiter verbrochen. Nee, echt jetzt, Digga. Ich glaube, die schießen mich jetzt richtig mal kaputt. Ui, das war clever, oder? Das war clever. Ich wollte kurz sagen, ich lebe ja noch. Aber ich lebe nicht mehr. Nein, I'm dead. I'm dead, fuck. Ich muss hier mal gehen, mal gehen, hier, hier, grum. Wo sie diese verkackte Maschine kaputt kriegen, vorher geht das gar nicht mehr echt. Was ist denn das? Stealth. Stealth! Okay, ich bin erstmal unsichtbar für eine Runde. Jetzt kommt hier schon wieder so eine verkackte Maschine. Was ist das denn kurz? Double Shot, okay. Double Shot! Das Ding hat doch über die Hälfte leben. Ich muss hier weg, echt? Weg dich doch mal dahin, da. Das Ding hat doch über die Hälfte leben. Ich muss hier weg, echt? Ich wollte gerade auf Skip klicken, ist egal. Genau, komm mal vor, die Drecksmaschine. Wir haben 11 Punkte, wir haben 8. Hin, mal, komm. Oh shit. Oh Christ. Der Zink ist ohnehin schon weg. Ja, wenn er so weit weg ist, was soll ich machen, man? Skip. Oh. Was soll das denn, man? Fährt das Ding weg? Fährt das Ding weg? Blödes. Fiss viel. Alter, was macht der von Damage? Jetzt bleibe ich hinter der Karre, echt. Das ist doch total scheiße. Ja, das ist doch voll scheiße. Alter, hier steht die Trotze. Ich bin ja schon wieder weg. Ich probiere mal mit einem Medikid gleich hier irgendwas hinzubekommen. Aber wieso kann die mich dort beschießen? Das ist ja auch voll blöd, wenn die jetzt, wollen die jetzt die ganze Zeit hier alle warten, oder was? Die Alte ist fast tot. Ich muss irgendwie, oh, hier, von hier könnte ich sie treffen, glaube ich. Wenn ich sie sehen würde, aber ich glaube, sie hat Stealth an. What the fuck, man? Ich bin, ich habe sechs Tote und keine Kills? What? Ne, nicht mehr mit der. Ja, mein Gott, was blinkt denn der Scheiß hier im Kopf? Boah, was ist denn für Piss hier, Alter? Ja, komm, mach. Alter, das ist nett. Mehr gespaßt. Wie geht den hier jetzt? Ne. Äh, Ausbrüstenbar. Ne, Moment. Doch. Battle, man kann es ja hier jetzt noch, oder? Guck mal, John, was nehmen wir denn? Alles, alles. Was für'n fuck, echt jetzt? Oh, wo ist es hier? Ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Ich weiß doch auch, woher. Ja, offensichtlich müssen wir hier vor. Ich werde noch bis hier hin. Nein, scheiße. Okay, der ist schon echt ein paar Kills hier. Was ist das denn? Jetzt kannst du ja nicht mal mal sagen, hier, Russen irgendwie, weil wir sind ja wahrscheinlich alle. Ich kann nichts mehr machen, aber was? Die Frage ist, wie gut ist jetzt diese Waffe? Als ob ich jetzt noch nicht so rausbekomme. Oh, jetzt kommt die noch nicht mehr vor. Den hat's zerfetzt. Ich hab noch keinen Schaden genommen, aber ich muss dann auch mal Schaden machen. Volle Lotte. Ich kann nur einmal was machen. Combat assistance. Und jetzt stehe ich hier einfach rum wie ein Fisch. Ey, was ist das? Ich komm doch nicht an diese Alte ran, hier doch jetzt. Steht direkt in meinem Gesicht. Ey, ich hab ne Granate. Die auch da schon einer geschmissen hat. Cool. Komm ich hier noch hin mit ne Granate? Ich muss irgendwie, ich will zu dem Typen da und dann würde ich auch ne Granate schmeißen. Also ich will meine Granate aber auch nicht auf die alte verwenden. Das Ding hat immer noch zu viel Leben. Oh, fuck mich, Alter. Ich hab nur drei Kills, ne? Drei verkackte Kills, das ist alles, was wir haben. Okay. Ich schieße hier einfach ins Nichts. Das ist total beknackt, ey. Ich stehe hier auch voll ungeschützt. Ich bin richtig behindert. Au. 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 Wow. Fuck, man. Die rippen uns richtig ab hier. Die machen so schnell ihre Punkte voll. Ey, ich hab drei Kills, ne? Das ist doch gar nichts. Ich hab hier gar nichts mehr zu melden. Dann nehmen wir mal ein bisschen. Ich will irgendwie diesen verkackten Bio-Friend hier kaputt rückkriegen. Neue Kill gemacht. Assistance. Ich denk mich doch. Wir haben fünf und die haben zwölf, ey. Wehe, ich hab verfehlt. Fuck. Ich hab'n Geld. Ja, 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 ja. Wo ist denn mal hin, hier? Ja. Ja, wir müssen sie zurückdrücken hier. Zurückdrängen vor allen Dingen. Oh, alter. Wie ist denn? Die hab' ich gar nicht bemerkt. Die hab' ich gar nicht beachtet, Mann. Äh, hau' mal nicht ab, hier. Hau' mal nicht ab, Mann. Noch'n Kill. Oh, das läuft ja fast. Möchtet schön. Möchtet schön. Möchtet schön. Alte, du bist dran, jo, bitch. Die hat nicht mehr viel Leben. Das könnte man, das könnte man schaffen. Ah, die haben gewonnen. Scheiße, Mann. Scheiße. Aber immerhin, ich hab' drei Kills. Hab' ich echt drei Kills gemacht? Dann bin ich gar nicht so. What? Ich weiß nicht, will ich mitmachen? Nee, ich will nicht mitmachen. Ich will nicht ohne, äh, Granaten mitmachen. Oh, Granaten. Schroff. Nee, irgendwie bin ich falsch. Workshop, oder was? Das ist schon so. Hier gibt's große SMG. Robot, robot frame. Wo ist das denn? Meine Bot frame. Pants, Jackets. Erstmal ein paar Granaten holen. Wieso? Die sind noch nicht unlocked. Da muss man öfter kämpfen. Ah, man kann hier Sachen frei schalten, indem man öfter kämpfen. Äh, gibt irgendwie Sinn. Wie gerade. Erstmal paar Granaten kaufen hier, ehrlich gesagt. Und dann sagt einer noch. Pants. Das ist die Frage, was trage ich denn gerade? Ich weiß nicht, was für Hosen ich da trage, er hat mir gesagt. Jacket. T-Shirt. Helmet. Ich glaub, ich trage diesen ganzen Krempel schon. Nehmen wir mal einen First Egg Killed. Booster hab ich glaub ich nicht alle. Nee, den hab ich nicht. Ocarat Ammo. Obwohl doch, der hat doch den Booster. Da stand doch auch, wenn er gestirbt und bleibt dann erhalten. Oder zählt der Monopie jeweilige Runde. So, das Ding herge... Ne, Dragon Assault. Warte mal. 7 Meter Crit. 175% Damage. Machine Gun. Die macht natürlich weniger. Aber muss er näher ran. Peace, make a machine gun. Komm, da ist auch nicht so. Warte auf. Siehst du, das sind die ganzen... Ach nee, der... Guck mal, der... Der mit Blau. Der... Ach, die können jeweils nur eine Granate mitnehmen und ein Medipack und ein diesen. Okay, also klar. Den wusste ich nicht. Oh, wir sind dran. Shit. Wir haben zwei, wir haben einen. Beendet die Runde, ihr Pannas. Ich kann jetzt leider auch nicht mehr weggehen. Schieß doch mal, Junge. Ich muss mal versuchen, irgendwie hinter diesen Stein hinzukommen. Der Stein ist der Schlüssel, auf jeden Fall. Okay, ich halte mal eine Zigarette. Jetzt auch. Irgendwie gehen und zackt und Sigrid geht's mal kaputt, dir. Autsch. Ich glaub nicht, dass ich die jetzt gekillt kriege. Oh, Gott, wir leben. Die sie abhaut, Biotch. Echt jetzt. Ich bin hinter den Stein. Ich bin schon weg. Was war das denn hier? Interception. Interception. Wofür war das gut? Ich hätt's nicht... Ich hätt's nicht mal lesen sollen, oder? Ich will mal mein Minipack benutzen. Fotze, wo kam die her? Du alter Huren, Bitsch. Das ist jetzt hier so ein Show-Off, oder was? Alter, ich hab' die verreckt. Das ist so ne knappe Sache, ey. Aber ich krieg' keine Heilung hier. Auch Heilung, ey. Auch dringend Heilung. Ich mach' ja doppelt Shots, von daher kann ich also nur eine... Also der schießt sozusagen doppelt hintereinander, auch wenn's auch nicht angezeigt wird. Und dadurch kann ich nur eine Bewegung machen. Und der ist gut, der ist gut hier. Ich glaub' jetzt geht's auch... Da, ich seh' sie, ich seh' dich. Du Slot. Aber der muss weg, der muss zuerst weg. Oh, ich hab' Heilung abgekommen. Danke! Das war wirklich notwendig. Echt jetzt. Kommt, Assistant, okay. Jetzt will ich die Alte hier wegschießen. Und's kommt drauf an. Die hatten auch wieviel Leben? Hatten die noch? Sieg dritt. Jetzt will er mir auf die Zwiebel gehen, hier. Oh, shit. Ich glaub, das wär' ich nicht überleben, hier. Die wurde auch geheilt. Einfach durchhalten hier, oder was? Das ist nämlich die Frage. Ja, wichs, Herr! Ich bin mir jetzt so kacklos, irgendwie. 47% ist nicht viel. Mal vor hier. Ich muss näher ran, ganz klar. Wie steh' ich nicht gesichert? Was ist das denn? Ich kann mich auch nicht mehr bewegen, hier. Fuck. Ich glaub, als nächstes bin ich wieder dran. Im Totsein. Jopp! Ich glaub, die Alte krieg' ich auch noch. Aber ein kill, wenn die nur ein kill machen, dann ist die vorbei. Ja, oh, schiiße, Mann. aber ich hab drei kür gemacht und auch so drei marschen gestorben sie kriegen rating von vier was ist das für eine scheiße stehe ich nicht aber egal war trotzdem recht unterhaltsam ich werde jetzt mal wieder zum arbeiten schicken und zwar was werden wir denn feindes machen ich glaube ich werde sie tatsächlich zum training schicken und zwar für acht stunden und das kann ich nicht hier kann ich mir noch ein auto Bobby Roboter ja 150 ja mein gott wieso kann ich nicht zum training irgendwas ist hier Platz gelaufen wie habe ich das denn letztes gemacht ich weiß das gar nicht mehr so muss sie anschieben hier haben wir auch mal einer sagen können machen so ok trainieren in acht stunden gut so damit habe ich mir erstmal fürs zuschauen ich fand es unterhaltsam ich finde es eigentlich ein ganz nettes spiel ja gibt bessere aber es gibt auch weiteres schlechtere und das irgendwo eigentlich im mittleren aber doch höheren bereich also ist noch viel nach luft nach oben aber macht auf jeden fall spaß und ja ich hoffe ihr fand es auch unterhaltsam hinterlassen ein abo das würde mir so helfen ja ihr werdet nicht atzen und ja dann bis zum nächsten mal viel spaß und beim zocken haut rein ciao ciao